Für den Titel Trivue hat er da Vorteile. Hannes, der viele Jahre sehr hochklassig gespielt hat. Ich glaube, er hat mit Zerre gespielt. Der Top-Spieler hat in Rosenberg verloren. Und der hat es auf jeden Fall gewonnen. Der Top-Spieler hat in Rosenberg verloren. In den letzten Jahren mit Zerre gespielt hat er in Rosenberg verloren. Der Top-Spieler hat in Rosenberg verloren. Der Top-Spieler hat in Rosenberg verloren. Applaus 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 Bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1, 2, 1 . 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 Das war's! Applaus 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 Applaus